Ein wunderschönen guten Tag auf der westlichen Wildnis, die westliche Wildnis, ja auf LS22 natürlich für alle Konsolen, ganz klar, die Klappi, und die Zuckerschnur der Alien Gym hat die Karte gebaut, es ist eigentlich eine USA Karte, und zwar die Niemandsland, bloß ein USA Style. Also ihr könnt, wie heißt das hier, die Strommasten, Steine, Bäume entfernen, wo genau, habe ich, doch, sehe ich da hinten schon, wir rennen hin, wir rennen hin, wie die Kapuzten, ja wir gehen auf die Karte gleich genau ein, an sich ganz lustig, hat aber auch ein paar Manker, aber sagen wir noch, hier sehen wir, ne, Rocks, Steine, rechts, Threes from the Map, Pamoni, das sind die Bäume, also links sind Bäume, rechts sind Steine. Wie das mit den Strommasten geht, weiß ich nicht, weil ich gehe davon aus, dass man sie einfach verkaufen kann. Kurze Info, Slots 969, aber man hat hier am Anfang, wenn man nur auf einfach anfängst, Fahrzeuge. Ein Steier, verkaufen wir, ein Rossemesh, verkaufen wir, ein Jungheinrich, Gabelstapler, den Pickup, ein Kipper von Krampel, das Schneidewerk für den Rossemesh, ein Flug von Pellinger, Horschkupper, die Norzen Saatmaschine, äh, ja, und so weiter, brauche ich euch ja nicht sagen, steht ja da. 420.000, jetzt gucken wir nochmal auf Slots, jetzt ist nämlich der Hase anders, 879 für Playstation 5, gut für Playstation 4, äh, aber ich weiß, dass man mit, äh, 1400 Slots sich eine komplette Karte umbauen kann, also machbar. Aber ich würde schon eher sagen, fangt auf Mittel an, damit ihr euch Geld draufknacken könnt, oder diese Regierungskackschilder, ne, die, die sind ja gut zum Bauen. Ja, man hat hier so eine kleine Anfangsstadt, in Anführungsstrichen war hier Shop, Viehhändler, Ballenverkauf, hier ist so alles, was man sich so träumt, ich gehe mal in die Luft, ne, und schwer zu erkennen. Ihr kommt aber auch diesmal, also ich kann hier zwar jetzt gerade nicht nach links, das ist so wie bei Niemandsland, ne, du hast eine Autobahn, der Rand, hier ist irgendwie alles mögliche hingeknallt, kann man davon was verkaufen, wir triggern mal lang hier. Öh, Verkauf, Kauf, Multikauf, Frucht, es ist 1 zu 1 wie Niemandsland, bloß neu, bloß vorhin ist mir aufgefallen, als Figur kannst du rüberrennen, mal sehen wie weit. Ah, ok, als Figur ist hier Schluss, Baumenü ist vorne schon am Zaun, Schluss. Performance-Sakade, extrem gut, aber ist ja klar, ist nicht viel drauf auf dem Anker. Wir können ja mal hier so durchschwutschen, hier ist noch ein Funkturm, hier ist ein Aussichtsturm, und die Teile hier, die sollte man dann entfernen können, sagt er. Jetzt zeigen wir mal kein Symbol an, keine Ahnung, wo die zu entfernen sind. Ich würde es hier aber auch noch nicht mal dringend entfernen, könnte man auch eine schöne Straße direkt da ran bauen. Ja, Niemandsland, bloß halt, ne, USA-Style. Wobei ich der Meinung bin, man muss nicht zwingend USA bauen, und das geilste ever ist, hier seht ihr es schon, platt wie eine Flunder. Und das wird im Gegensatz zu deinem Niemandsland natürlich Vorteile bringen, weil die Niemandsland, da musst du erstmal gefühlt 20 Milliarden draufzahlen, um die ganzen scheiß Berge wegzuknallen. Das hast du hier nicht. Und wie wir hier sehen, hier ist so eine alte Scheune, wobei die Standard-Deko ist schon sexy, oder? Oder? Hier hast du so eine alte Schweinehütte, hier hast du so eine abgeranzte Unterstand, kennt man von Niemandsland links. Hier ist noch die alte Scheune, da steht, oh, guck mal her, guck mal her, da steht ein schöner International. Also sind schon so kleine Fiefis drin drauf, wo man sagt, hm, was haben wir hier? Guck mal, hier können wir in der Fußmatte, naja, gut, da kann es gar nichts mehr, die Hütte ist platt. Hier stellt, okay, das ist ein alter Hof, das heißt, man ist gezwungen, wenn man hier bauen möchte, diese drei Schilder hier vorne zu entfernen. Was steht denn da drauf? Power Lines, Loose Grab und Trees von, also Trees, die Bäume von dieser Region hier, das heißt, die Kästchen, die einzelnen Kästchen, muss man die Bäume entfernen. Aber Loose Grab, also Dekoration, Lichter, etc., ganz links in der Mitte, Gebäude, hab nicht gesehen und rechts die Bäume wieder. Was schön ist, könnt ihr das sehen, unten links auf der kleinen Karte, wo 25 steht, leider Gottes, falsch rum, ich drehe mal rum den ganzen Karten. Bitte nur nach unten links auf das kleine Kästchen an. Bei Feld 25 stehen drei Punkte, das heißt, da, wo diese drei blauen Punkte sind, sind diese Schilder. Finde ich ganz gut, braucht man sich wieder einen Fuchs suchen. Für die Leute, die gerne sammeln, es sind hier zehn Goldnackels auf der Karte versteckt, spätestens wenn du baust, siehst du sie vielleicht. Hier ist aber auch irgendwo eine Goldgrube und eine Kiesgrube und was weiß ich was, da werden wir uns jetzt mal kurz schlau machen, wo die sein sollen. Ähm, und diese Goldnackels kannst du in Gold, äh, in einer Goldschmiede, ähm, eingießen zu Gold und zu Geld und hab nicht gesehen. Da auf dem Scheißhaufen, wollte ich schon sagen, auf dem Güllehaufen, seht ihr das? Da liegt ein Goldnackel, wenn einer sagt, ist ja wie ein LS17. Oh, die sind zehn Stück, kann ich mit leben, statt den ganzen anderen Blunder. Dekorationstechnisch gesehen ist das aber schon echt schön. Und wie gesagt, Performance ist Hammer. Das heißt, Playstation 4, Xbox, Playstation 5 und alles sollte laufen. Also, also, da muss man sich, glaube ich, schon selten doof anstellen, um die Karte zu crashen. Hier haben wir natürlich auch einen kleinen Wassergraben, wie ihr seht, ähm, wo hier das Ziel ist. Ich gehe davon mal aus, dass die Wasserplane, ich hoffe, sie ist nur hier auf dieser Fläche, und sie ist so angepasst, dass sie, so wie bei Niemandsland ist, dass man Flüsse oder so selber bauen kann. Also, hat Potenzial. Jetzt bin ich mal gespannt, wir sind hier jetzt gerade auf der Ecke. Das ist das, was man entfernen kann, separat. Hier ist der mit einer schönen Brücke, mit einem Fluss. Selbst wenn man den nicht entfernen könnte, also schreit der bei mir schon wieder nach Nordstyle, aber gut. Ja, weil hier im Hintergrund, wo war das, wo war das, wo war das? Irgendwo da hinten, da hinten sind Windräder und alles mögliche. Und wenn man da, die, ihr müsst das sehen, wenn die Gebäude weg sind, die Strommesse weg sind, die Bäume weg sind, habt ihr nacktes, karges Land. Und, Patty, äh, Patty als Baukönig, könnt ihr euch ja vorstellen, ne? Das eskaliert, aber so richtig. Wer weiß, wer weiß, ne, was will ich so machen? Jetzt gucken wir mal hier, ob hier irgendwo die, hier ist ein Holzverkauf, noch ein Funkturm angerissen hier. Gucken wir gleich mal auf der Karte nochmal. Hier ist noch eine Tankstelle nach hinten angebracht. Wie gesagt, ihr könnt ja sehen, mit einem Baumenü komme ich nicht hin, aber man kommt hier mit einem Fahrzeug hin bis zum Rand der Autobahn. Auch ganz cool gemacht eigentlich. Viele würden sagen, ja, aber es ist ein USA-Kader, baut man in USA, musst du nicht zwingend. Also, wenn du bestimmte Bäume vor den Häusern da setzt, dann siehst du es ja auch nicht. Und dann kannst du hier bauen, wie du willst. Vorausgesetzt, und das schauen wir gleich, was sagt das Deko im Menü und was sagt die Landscapping. Diese ganzen Sachen, die ich hier sehe, die Büsche, dies, das, ananas. Wenn das alles im Landscapping-Menü ist, oh Leute, ganz gefährlich für mich. Wenn das aber nur so ein Standard-Landscapping-Menü ist, dann ist die Karte für mich nicht so interessant. Hier hört die Karte auf. Wie gesagt, ihr habt 60 Felder, wie viel das Ganze kostet, werde ich gleich mal schauen. Was hier definitiv in dem Landscapping drin hat, ist Felder erstellen mit Landscapping. Das ist Porno, das hat nämlich diese Nord-Schieß-Micht-Tot-Kader auch. Guck mal, hier steht ein Zug. Er ist an, er qualmt, aber er bewegt sich nicht. Das Holz. Was ist hier los? Hier ist Verkauf. Holz-Paletten-Produktion, oh, hat nicht gesehen, oh, ist doch cool. Oh, hier haben wir einen kleinen, äh, Pischi-Pflanze. Da stellt sich ganz klar die Frage, verkauft sich das auch, oder ist das die Ausnahme, das bleibt da? Naja, wenn ja, dann ist auch nicht so schlimm. Wobei, das sehen wir da, Water-Stream von The Dismap. Okay, du kannst das Wasser entfernen. Läuft. Fragt sich nur, kann man es auch wieder hinsetzen? Hä? Oder schauen wir gleich. So, und da hinten kommt nicht mehr viel, wobei ich, äh, switch nochmal rüber. Wie gesagt, 60 Felder ist nicht viel. Äh, niemals Land war 89 oder so, aber dafür sind hier die Felder in den Proportionen her größer. Hier sind schon angedeutete Felder. Und euer Häuschen, wie ihr seht, ist trickert rot. Ich habe ja die Maschinen verkauft, die wären jetzt hier gewesen. Äh, ganz süß gemacht, aber wie gesagt, das kannst du verkaufen. Du kannst hier echt alles verkaufen. Sehe ich das richtig? Gibt es hier auch ein Schilder-Paket? Äh, wenn wäre es irgendwo weiter oben? Ähm, ne, das heißt, du kannst es so entfernen. Hier sind die Steine von, äh, vorhin, also von nach außerhalb. Und hier ist der Shop, wo meine dusselige Figur steht. So, dann haben wir natürlich die 60 Felder. Ein, so ein Feld, costa cuánta? 85. Immer 85. War, glaube ich, bei niemals Land auch so, aber ich glaube, niemals Land war 89. Aber gut, scheiß die Wand an. Was geil ist, ihr könnt hier sehen, da sind die zwei Felder, also die Schilder. Hier ist ein Schild. Und die Schilder sind einmarkiert. Also für die, die matschige Augen haben, bei Feld 25, also beziehungsweise die Einstufung 25 darunter. Aber wieso steht hier 25 getrennt? Achso, achso, okay, weiß Bescheid. Kostet das Land immer 85? Ja. Ja, überall sind Schilder verteilt. Das heißt, überall, also du kannst schon sehen, hier sind drei bei 25. Bei Feld 5 ist eins auch zwei drei. Und irgendwo ganz außen hatten wir noch einen. Da. Hust. Da, da ist Wasserplein. Washerplein. So, da wir ja ein bisschen vertickt haben und unser Gebäude, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ach, gehört uns nicht. Wo ist jetzt meine Hütte? Da. Werden wir uns da mal kurz einkaufen. Feld 38 und da mal kurz hin. So, warte mal. Sind wir so richtig? Er hat die Zahlen falsch rum. wie geht das denn hier nicht überhaupt richtig ja die karte das vielleicht sollten wir mal eine feste karte hier reinknallen aber gut wir finden das schon es kommt da ja 37 das heißt da hinten irgendwo ist unser hof was habe ich jetzt gesagt 33 keine ahnung was machen wir so ein fickfilm da draus warte mal wo steht meine figur irgendwo hier ne so und das wieder weg also dass jetzt ob ich jetzt kann ich nicht verkaufen ja müsste erst die objekte verkaufen und dann könnt ihr abgreifen ich finde mich ins land scabbing-menü rein ganz wichtig so fällt erstellen was ist nicht mein land das habe ich doch gerade gekauft vier das muss das muss er ändern dass die karte dreht das ist ja katastrophe daneben ist auch mein land mein mein land so noch mal sorry hier habt ihr felder erstellen was man natürlich jetzt daran sieht ja das habe ich auch gesehen macht es erst grün glatt damit die gezumpelter drauf weg ist und dann könnt ihr auf felder erstellen gehen zack zack gerade für die jungs und mädels die groß größere felder machen weil sie nicht so den rest nicht so wissen was sie bauen sollen für die ist das natürlich baba das ist natürlich richtig geil so wir gucken jetzt aber weiter wir haben hier so eine mattstraße wir haben normalen teer wir haben normalen anführungsstrichen normalen kies wenn jetzt noch der gegen kies da ist es interessant deswegen probiere ich jetzt mal was aus ich mach mal hier kurz zwei richtungen hin was sind straßenstil man setzen könnte ja ob es überhaupt geht krise gras unterfläche ach du scheiße hier krass mit dreck ist interessant wenn man kleine weite kleine feldwege gebaut hier ist her beziehungsweise kies außen kies ist auch da das ist gut damit kann man richtig was anfangen was haben wir hier hier ist dieser kies den man außen macht kennt ihr noch von der polnischen karte hier ist der noch kleinere kies den man außen macht was ist das so ein gebrochener stein noch mal milderen kies kann man so einzelne flecke machen noch dunkler hier das ist das definitiv das baumenü von der polnischen karte eieiei kannst du dich ja dumm und lustig bauen hier ne steine steine was ist das fitzen oder was oh ja also so so ein bisschen schmodderfitzen gerade so gut für kuhstall oder so könnte man aber auch als fitzen benutzen es ist auf jeden fall eine wasserpläne optik so jetzt gehen wir auf pflanzen und das ist eigentlich das wichtigste in so einer karte weil jetzt hast du so gesehen hier eine straße und dann setzt du das einfach so rüber das ist kein vollwertiges krass das heißt du musst eine grüne unterfläche machen dann schauen wir gleich mal das ist natürlich büsche und so ein scheiß da brauchen wir nicht drüber reden muss ich nur weiter schauen nee oh aber dicke büsche das macht jedes bauen schöner so jetzt müssen wir mal kurz gucken bäume sind alle da oh ja wortwörtlich alles da gerade so hier diese kleinen kleinen butschie bäumchen die sind interessant hier damit kann man richtig gut bauen hier sowas jetzt muss ich mal ganz kurz gucken vollwertiges grünfeld das hier ah ok so kriegst du das grün ja so macht man das eigentlich grün leicht verwachsen grün mit kies kies heller kies dunkle flecke habe ich nicht gesehen da hast du so einen straßenweg aber in der mitte würde ich es anders machen noch in der mitte würde ich das hier so mit her machen vielleicht können wir ja mal ganz kurz gucken ob wir hier so ein bisschen was hinkriegen also so könnte es die straßen machen rechts links an der seite kies damit der stein ausläuft also da kann man so einiges machen also richtig wild rumexperimentieren einer sagt ja aber wie kriege ich das grace wieder weg krass immer weg mit und auch bäume mit erst grün und dann ähm felder erstellen aber wenn du die ganze karte kaufst und die steine entfernst und alles dann gehst du einmal mit der karte oder über die karte mit diesem teil und machst das komplett grün entfernen für die die hardcore bauen für die die sagen da habe ich keinen bock drauf müssen das natürlich nicht machen die müssen das nur in einzelne etappen machen ja können wir mal gucken hat das feld jetzt schon erkannt seht ihr da ist das feld und wenn ihr genau hinschaut auf der karte seht ihr das da in meinen weißen pinnippel da ist gold und da ist ein grüner point da ist gold aber was ist der grüne point das will ich natürlich noch wissen mit euch das machen wir noch schnell und jetzt ist das video auch fertig was haben wir hier power lanes hier die strommesse steht ist das steht dahinter ist aber nicht gar nicht markiert auf der karte mal so zu info bin ich hier jetzt richtig ne weiter rechts hm was soll das sein zu viel hier ist irgendwo muss hier eine markierung sein wenn ich jetzt verarschen er zeigt es auf jeden fall an wir stehen genau drauf guck guck ja keine ahnung finde ich nicht ja wenn einer sagt könntest du daraus eine deutsche karte machen auf jeden fall ist kein problem okay ob ich das mal mache oder vielleicht heute mache oder immer die tage oder ein safe game mache das kann sehr sehr stark sein weil man hier einfach viel bessere bodentexturen hat als auf der niemals land also wenn alien jim lieb wäre also so richtig lieb macht er die bodentexturen und also die 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 felderstellung keys und den ganzen kram auch auf die niemals land drauf dann wäre bombe hoch drei denn dann würde ich auf der niemals land eskalieren ist so aber ich habe auch eigentlich gedacht dass auf der niemals land das mal macht aber jetzt macht er hier ein eigenes ding ausbringen vielleicht ist er nur so lieb und haut aus dann niemals land nochmal color paints hier nochmal rauf ne für die frage dass er deutsch nicht kann ja für die leute ihr dürft gerne liken sorry dass das video ein bisschen länger gedauert hat aber ich wollte euch die einzelnen punkte zeigen wie ihr die karte platt kriegt und was für tricks und was man machen kann hat potenzial die karte sehr hohes potenzial zur info ähm für die leute die bis hier wirklich hingeschaut haben und wirklich zugehört haben dachi unser freund dachi bringt eine neue karte raus die kommt auch für konsole in den nächsten ein zwei wochen und ähm was noch interessant ist der kuhstein der kleine wenn du jetzt auf der ehrengrad karte spielst hast ein kleines häuschen mit einem schuppen hinten dran dann kannst du einen kleinen kuhstein nehmen mehr brauchst du nicht für ganz kleine spieler ist nur mal so ein geheimtipp ne und die karte von dachi äh ist ja greisfelder wo ich dachte der typ hat sie letztes mal verschrieben ne ne ist greisfelder dachi gefragt gibt es auch ein video zu könnt ihr bei youtube sehen und ja für die allen anderen leute ihr dürft natürlich gerne liken und abonnieren würde ich mich drüber freuen und für die kanalmitglieder heute gibt es der post für fahrzeuge freischaltungen jeglicher giantsart also viel spaß damit ich bin raus ich bin euer petty ciao 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 ciao